Wenn er sich Arbeit machen will, lassen die sich doch Arbeit machen. Lass ihn doch laufen. Mehr Geld kriegt er dadurch auch nicht. Oder ich meinte, ich bezahle noch Kilometergeld. Das hat man aber so. Manchmal machst du weiter, ohne dass du Sachen umstellst. Das kenne ich aber auch auf der Arbeit. Da habe ich auch so ein paar Pappenheimen. Ja, die machen das auch. Sagst du, könnte besser arbeiten, wenn ihr das... Soll ich die beiden da auch noch wegnehmen? Ich weiß nicht, soll ich die auch noch wegnehmen? Die stehen da hinten so auf. Frisbee hat die Schnurz. Blöder Fixer. Dann hätten wir gerne eine... Wenn eine Frau... Jetzt hätte ich die jetzt Wolle hergenommen. Schön, dich mal wieder zu hören, du Sausack. Echt? Machst du extra jetzt, ne? Oder machst du jetzt noch einen Anstandsbesuch, weil bald Weihnachten ist ein Lästetwetter, weißt? Was willst du für ein Dressing? Ho, 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 ho. Der Krautsal hat ganz normale... Ganz normale Dinger. Ja. Und jetzt sind Pizzabrüttchen mit Kreuzabrüttchen. Das wäre dann alles. Ja. Ja, wir haben noch einen Sohn. Hallo, denk dir doch mal an meinen Sohn, ihr Blödbums. Alter, warte, das... Ja. Kriegt mein Sohn... Ja, du willst auch was haben? Ja. Nee, 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 nee.